Ich bin dein Gesundheitslotse und zeige Menschen, wie sie ihre Lebensqualität verbessern können. Das heißt, dazu gehören die Themenbereiche Wohlbefinden, Gesundheit, Vitalität und Aussehen. Ja, was haben Sie davon? Ich komme zu Ihnen und gemeinsam gucken wir, wie wir die täglichen Belastungen in Ihrem Leben reduzieren können. Meine Schwerpunkte sind dabei, Elektrosmog, Neutralisation als erstes. Der Elektrosmog wird kaum wahrgenommen, ist aber eine sehr große Belastung für unsere Gesundheit. Der zweite Punkt ist die Reduzierung des Feinstaubs. In der Regel ist in Innenräumen wesentlich mehr Feinstaub als draußen im Freien. Und unser Ziel ist, die Partikel, also die Staubpartikel in der Atemluft zu reduzieren. Der dritte Punkt ist Trinkwasserrenaturierung. Schwermetalle, Pestizide, Medikamentenrückstände, Hormone und viele, viele mehr verunreinigen unser Trinkwasser. Und wir wollen, dass das Leitungswasser aus dem Wasserhahn in Quellwasserqualität kommt. Der nächste Punkt ist Lebensmittelharmonisierung. Das ist das gleiche wie beim Trinkwasser. Ein nächster wichtiger Punkt ist die Körperpflege. Die meisten Produkte, die wir im Handel bekommen, die sind mit Schadstoffen belegt. Das heißt Sodium, Leosulfat, Aluminium, Fluoride, Alkohol und ähnliche Dinge. Und unser Ziel ist eben halt, die Unverträglichkeiten rauszunehmen. Das ist ebenso.